Wir machen heute was hiermit. Oh, da fehlt was. Denn Leute, wir frittieren heute das Alphabet! Oh, geil! Denn wir werden jetzt Lebensmittel essen, die mit den Buchstaben anfangen, die das Alphabet hat. Ist das nicht irgendwie logisch? Mit einem Buchstaben anfangen. Wir haben das ganze Alphabet und zu jedem Buchstaben haben wir eine Essenssache. Und die müssen wir nicht nur essen, sondern wir müssen sie vorher auch noch frittieren. Ich hab ein F für Fäkalien. Ich hab S für Salmonellen. Oh, meins ist wieder in einem Glas drin. Oh, Spargel! Falafel! Oh, ich hab Spargelbetten. Oh nein! Sohleier! Oh, das sind Eier, Leute. Was ist denn das? Ich find Falafel riecht immer so nach Männerschweiß. Ihhh, das stinkt wirklich. Ich will gar nicht wissen wie meine Sohleier riechen. Oh, Ihhh, das riecht wie ein Furz. Oh mein Gott, riech mal da dran. Es riecht wie als hättest du gerade frisch geschnitzt. Oh mein Gott! So ein richtiger Eier-Furz, Leute. Oh, das esse ich nicht. So ein echter Eier-Furz mit Männerschweiß, Hundeschiss und Kinderkotzen. Hä? Ich dachte, Eier können gar nicht furzen. Oh, das ist so gemein. Dann krieg ich S wie Essenssachen und muss ein Sohleier. Fritieren geht über Studieren, haha. Oh, Julia, guck mal. Ich hab'n C für Crystal Meth. Ach nö, das hatte ich doch schon. Kann ich lieber Ecstasy oder Koksbällchen oder Magic Mushrooms. Oh, guck mal, ich hab'n H für mein Hirn. Aber das fällt mir doch durch Sie. Oh, ey, ich kann echt nie mehr mit mir wirklich das ganze Alphabet. Alle fünf sind Buchstaben. Oh, schau mal, ich hab'n A. Oh Gott, Arsch vom Knorpelfisch. Iiii. Äh, Kellermari. Das ist doch eigentlich auch mit C. Oder schreibt man das mit K. Ach, find ich voll spannend. Das ist doch der allererste Buchstabe, oder? Quasi der Vater vom Alphabet. Oder der Mutter. Ah, ist der Anfang. Und ich glaub, am Ende kommt ein Z. Ba, 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 ba. Ey, nicht spoilern. Ich will nicht wissen, wie das ausgeht. Ich bin ja erst bei K. Iiii, guck mal, ein P. Oh, was mag das denn sein? Nö, Pommes. Das ist ja eklig. Wer friziert denn sowas? Ich hab'n N. Oh, da frizier ich jetzt die neue Nachtcreme von Nivea. Und den limitierten Sneaker von Nike. Ha, die kann man doch gar nicht essen. Hab' ich aber ne Cooperation mit. Auf Insta, YouTube und TikTok. Krieg ich voll die fette Kohle für. Oh, Kohle frizieren. Das wär' geil. Wusstest du, früher wollte ich auch mal Fritteuse werden. Ich find' Haare voll spannend. Aber das hätt' ich richtig lernen müssen und so. Puh. Zöse. Du meinst Frisöse, nicht Töse. Oh, ja. Zöse, töse, böse, böse. Oh, dieses Analphabet macht mich voll fertig, ey. Das ist ja wie auf so ner Uni für Schlauseierei, ja. Bäh, okay. Ey, das wird voll anstrengend langsam. Lass uns Schluss machen. Oh, ja. Was machen wir nächste Woche? Oh, weiß noch nicht. Primzahlen panieren. Fürze einfangen. Tierkreiszeichen rülzen. Satzzeichen tanzen. Erbsen sortieren. Egal. Ich mach' alles für Geld. Ha, ha, ha. Ciao, ihr Süßen. Ich liebe euch. Ciao. ... Töse, 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 Töse. Boah, meine Fresse. Was für ein Scheißschul. Ich glaub', ich werd' keine 30. Echt, ey. In meinem nächsten Leben mach' ich den Hauptschulabschluss fertig. Ich schwöre. Boah, bist du perwert? Ha, 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 ha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017